Exakt 13 Uhr und drei Minuten. Hier ist der FC Erzgebirge Auer. Herzlich Willkommen in der Zoom-Gruppe zur Pressekonferenz vor dem neunten Spieltag. Und der neunte Spieltag bedeutet Samstag, 13 Uhr. Der FC Erzgebirge zu Gast im BWT-Stadion am Hartwald beim SV Sandhausen. Unser Chefcoach Dirk Schuster ist bei uns und blickt jetzt voraus auf die Partie, die da ansteht. Als erstes mal Glück auf in die Runde. Und Entschuldigung für die kleine Verspätung. Ich versuche nochmal, immer pünktlich zu sein. Aber wir haben heute etwas länger trainiert. Wir hatten nach dem Corona-Test heute früh die Trainingseinheit. Vorher noch Gegneranalyse-Videositzung auf dem Programm. Und das Training wurde jetzt gerade vor drei, vier Minuten beendet, sodass ich ganz schnell jetzt auch zu euch gekommen bin und hoffe natürlich jetzt auch die Informationen unsererseits an euch weitergeben zu können. Ja, Auswärtsspiel in Sandhausen. Fange ich mal mit dem Personal an. Ganz klar, dass uns Philipp Clevy nicht zur Verfügung steht, der noch krank ist, in der Quarantäne ist. Erich Malczak, Malcolm Kakutalua, die nicht zur Verfügung stehen, genau wie Foxer Kalich, wo er auch noch nicht absehbar ist, wann sie wieder zurückkehren. Steve Breitkreuz wird wahrscheinlich im Kader wieder stehen. Und ich denke, dass alle anderen einsatzbereit sind, fit sind, auch für den Einsatz brennen. Ein, zwei kleine Fragezeichen hätten wir noch, wo nicht alle Trainingseinheiten vom Personal oder von den Spielern absolviert sind in dieser Woche. Aber ich bin ein sehr guter Dinge, dass wir sonst aus dem Vollen schöpfen können. Was uns ja auch im letzten Heimspiel so ein bisschen ausgemacht hat, dass wir eine sehr starke Bank hinten dran hatten, dass auch die Spieler, Dimi Nassarov und Jan Hochscheid, die erst kurz vor Schluss auch reinkamen, dann nach ihrer Einwechslung mit ihrem Zusammenspiel die Partie entschieden haben. Und das ist natürlich schön, wenn man auf solche Spieler zurückgreifen kann. Klar weiß ich auch, dass die Spieler lieber von Anfang an gespielt hätten. Aber ich glaube, dass wir immer auch versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen aufzustellen und die Erfolgsversprechenden elf zu bringen. Und da bin ich jetzt gleich beim Thema, wie wir das angehen könnten. Ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen, in welcher Formation Sandhausen kommt, mit welcher taktischen Marschroute sie vielleicht auflaufen, da sie einen Trainerwechsel vorgenommen haben und sich so ein bisschen wie eine Wundertüte darstellt und wie auch etwas im Trübenfischen. Aber ich glaube, das ist ganz normal bei jedem Trainerwechsel, sodass wir die Mannschaft versucht haben, auf verschiedene Systeme, auf verschiedenes Personal auch vorzubereiten. Aber das Hauptaugenmerk ganz klar auf uns liegt, wo wir nach guten Leistungen gegen Darmstadt auch die Messlatte in eine Höhe gelegt haben, die wir wieder erreichen können, aber die wir auch wieder erreichen wollen und auch erreichen müssen, um gegen eine hochmotivierte Sandhäuser Mannschaft, denke ich, bestehen zu können. Und diese sportlich schöne Situation, die wir jetzt gerade haben, mit zwölf Punkten aus acht Spielen weiter zu vergolden, weiter was obendrauf zu packen und dieses Spiel nach Möglichkeit sogar zu gewinnen. Das sollte unser Ansatz sein, das sollte unser Ziel sein. Das haben wir auch in der Woche der Mannschaft gesagt. Und ich denke auch, dass die Mannschaft die Gier entwickeln wird, den nächsten Schlag zu führen und die nächsten Punkte zu holen, um diese positive Situation, um das positive Gefühl, was momentan da ist, auch weiter zu vervielfältigen. Und dafür wollen wir alles tun. Dafür wollen wir in der Vorbereitung auch die Mannschaft so hinkriegen, dass sie vom körperlichen, aber auch vom psychischen Zustand absolut in der Lage ist, gegen einen schwierigen Gegner, der seit Jahren auch zum Establishment in der zweiten Liga gehört, einfach zu punkten und mit einem guten Gefühl dann auch die Heimreise wieder antreten. Ja, vielen Dank unserem Chefcoach Dirk Schuster für den Ausblick aufs Spiel beim SV Sandhausen. Zugeschaltet sind etliche Kolleginnen und Kollegen, manche virtuell zu sehen, andere nur mit dem Namenszug. Wer jetzt Fragen hat, bitte ganz kurz melden. Nicht vergessen, das Mikrofon einzuschalten, damit wir eure Fragen hier auch mitbekommen. Also, Andreas Hönig startet. Das ist nicht unbekannt für uns, dass er startet. Bitte kein Alleinunterhalter diesmal. Ich habe genug Fragen, also daran soll es nicht scheitern. Ich würde vielleicht damit anfangen, wir haben jetzt das erste Saisonviertel quasi beendet. Wie ist Ihr Zwischenfazit? Ja, positiv. Ich denke, dass wir mit der Punktausbeute ganz gut leben können. Ich denke auch, dass diese Punkte, die wir geholt haben, nicht gerade gegen Laufkundschaft in der zweiten Liga stattgefunden hat, sondern dass wir auch Mannschaften, die ganz oben dabei sind, auswärts wie Hamburg, wie auch Bochum, auch so eine heimstarke Mannschaft, die bis dahin zu Hause alles weggeflext hat, wie Hannover auswärts gespielt haben und ja, wie unsere Heimspiele gegen Darmstadt, die ja auch Ambitionen hat, in der oberen Hälfte der Tabelle zu sein. Holstein Kiel haben wir gespielt, Heidenheim letztes Jahr noch in der Relegation zur ersten Bundesliga gewesen und ich denke, da liest sich die Punktzahl ganz gut. Aber ich denke auch, dass das kein Ruhekissen für uns sein darf, sondern dass wir weiter aus allen Rohren feuern müssen, weiter Vollgas geben müssen, um weiter fleißig zu punkten und auch ein ruhiges Weihnachtsfest dann zu haben. Tja, also ich für meinen Teil habe den Kanal für Andreas Hönig freigehalten und auch, der ist immer noch scharf. Ja, mache ich gleich weiter. Würde auch gleich daran ansetzen, Sie haben ja gesagt, die guten Teams in Anführungszeichen sind jetzt schon durch, wenn wir die Tabellestand jetzt nehmen. Spielen Sie bis Weihnachten nur noch gegen Mannschaften, die hinter Aue stehen. Das ist doch dann eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation, um jetzt eine Serie zu starten, oder? Das wäre natürlich der Optimalfall, aber ich denke, in der zweiten Liga, wie man auch in den letzten Ergebnissen gesehen hat, gibt es keine schwierigen und leichten Gegner. Es gibt Mannschaften, die haben bessere Voraussetzungen, die haben vielleicht auch auf dem Papier das bessere Personal, die haben einen höheren Etat, die haben vielleicht noch eine bessere Infrastruktur. Die gibt es. Ja, ich glaube trotzdem, dass wir, oder dass diese Kragenweite, würde ich es mal nennen, oder diese Augenhöhe auf die Mannschaften, die jetzt kommen, vielleicht eher mit uns im Verbund stehen und im Zusammenhang stehen, als der FC Erzgebirge Aue, mit dem 1. FC Nürnberg, mit Hannover 96, mit dem HSV oder wer sonst noch alles in dieser Liga vertreten ist. Darf ich? Ja, gerne. Bitte weiter. Ihre halbe Abwehr ist eigentlich die ganze Saison bisher verletzt gewesen. Trotzdem haben Sie die zweitbeste Defensive nach Gegentoren jetzt zu urteilen. Wie geht das zusammen? Ja, wir haben sehr gutes Personal auch innerhalb der Mannschaft. Wir haben einen sehr kleinen, aber auch sehr feinen Kader, wo wir, wenn Sie jetzt speziell die Abwehr ansprechen, auch Varianten in petto haben, flexibel aufstellen können, wenn man sieht, dass mit Sören Gondor, Florian Ballas, jetzt leider verletzt, Malcolm Kakutalua, Lou Samson kann da spielen, Gaetan Biesmann kann auch im Abwehrverbund spielen. Wir sind auf beiden Außenverteidigern mit Risotto und Strauss gut aufgestellt. ganz überraschend Steve Breitkreuz sehr schnell in einer guten Form wieder zurückgekommen, sodass wir dann schon im Defensivverbund über gutes Personal haben, wobei, wenn man auch die Gesamtlage analysiert, die Gegentoren an den Defensivspielern festzumachen, ist der größte Trugschluss, den es gibt, weil wir haben vom Defensivverhalten der gesamten Mannschaft bisher sehr gut gearbeitet und bei gegnerischem Ballbesitz ist unser Mittelstürmer, der erste Verteidiger und da setzt die Mannschaft gut um, genau wie Martin Mendel bei eigenem Ballbesitz der erste Stürmer ist, sodass das immer, sag mal, in der Kollegialität, in der Kollektivität funktionieren muss, dass wir erfolgreich spielen können. Und jetzt ist gegen Darmstadt mit den drei Toren auch in der Offensive so was wie der Knoten geplatzt oder was würden Sie sagen? Was heißt der Knoten geplatzt? Wir versuchen natürlich in jedem Spiel erfolgreich zu spielen, auch Tore zu schießen, dass das jetzt gegen Darmstadt mit drei Toren aus sechs Chancen eine relativ hohe Effizienz hat. Ja, das mag vielleicht stimmen, aber ich wäre auch, oder ich wäre gegen Darmstadt auch mit einem 1-0-Erfolg zufrieden gewesen, weil wir auch wissen, dass jeder Punkt in der zweiten Liga hart erkämpft werden muss und wir schon andere Spiele hatten, wo wir bedeutend mehr Chancen hatten, sowohl in der Vorsaison, teilweise auch in der Saison, die wir dann nicht genutzt haben und vielleicht nicht so punktemäßig erfolgreich diese Spiele verlassen haben. Dann wäre ich durch. Gut. Dann wäre Andreas Hönig durch und alle anderen dürfen jetzt noch, wenn Sie den Wenden gerne wollen. Thomas Scholze, freie Presse, auf geht's. Mikrofon einschalten. Bin ich durch jetzt? Jetzt bist du da. Ja, Herr Schuster, Sie haben es gesagt, Sandhausen, Establishment, zweite Liga, die sind seit neun Jahren jetzt in der Liga. Besteht trotzdem die Gefahr, dass das ein Gegner ist, der man immer irgendwie unterschätzt? Nein, das haben wir der Mannschaft heute schon auch in der Videoanalyse klar mitgeteilt und das haben sie auch anhand der bewegten Bilder gesehen, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, den SV Sandhausen zu unterschätzen. Natürlich neigt man dazu, große Namen oder Mannschaften mit großen Namen höher anzusiedeln, aber die Sandhäuser haben das über Jahre hinweg überragend gemacht, immer wieder ziemlich relaxt auch die Klasse zu halten und eine gute Rolle in der zweiten Liga zu spielen, sich von Jahr zu Jahr auch weiterzuentwickeln. Und auch gute Spieler finden ja jetzt den Weg an den Hartwald. Wenn es S-Wein dahin geht, Keita Ruell, einer der Torjäger in der zweiten Liga der vergangenen Saison, wenn der SV Sandhausen, auch um Dickmeier zu sagen vom HSV, sich solche Spieler, wenn sie sagen leisten kann, aber die in der Lage ist, sie für ihre Farben spielen zu lassen, dann steckt schon einiges dahinter und dann sieht man auch, was für eine individuelle Qualität in der Mannschaft steckt und vom Teamgeist hat die Mannschaft eh immer gelebt und was dann natürlich auch auf uns am Wochenende warten wird. Das ist die Antwort auf die Frage von Thomas Scholzer von der Freien Presse. Kommt noch eine. Kommt noch eine. Thomas, bitte. Ja, mal weg von dem Spiel am Sonnabend. Haben Sie in Ihrer glorreichen Spielerkarriere mal gegen Diego Maradona gespielt und vielleicht ein Satz zum Ableben dieses Weltstars? Ja, das tut jeden Fußballer oder jeden, der mit Fußball zu tun hat, natürlich extrem weh, weil gestern Abend noch mal ein paar Sequenzen im Internet gesehen, er hat der begnadetste Fußballer, glaube ich, war, der mit dem Ball alles anfangen konnte. Und auch ich musste mir da so ein bisschen eine Träne verdrücken, dass diese Persönlichkeit und dieser Volksheld Argentinisch ist und auch einer der allerbesten Fußballer, die es je auf der Welt gab, leider nicht mehr unter uns weilt und es macht mich auch ein bisschen traurig. Ja, aber für uns muss natürlich auch jetzt das Tagesgeschäft wieder im Vordergrund stehen. Ich glaube, es wird eine riesen Anteilnahme für ihn geben, nicht nur in Argentinien, sondern wenn man gestern schon mal durch das Internet, allein bei WhatsApp, bei Statusmitteilungen, ging fast alles nur um Diego. Ich habe leider nie das Vergnügen und das Glück gehabt, gegen ihn spielen zu dürfen und ich denke, wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich auch nicht allzu gut ausgesehen. Danke. Gerne. Die nächste Frage, wenn es die gibt, Thomas Scholze von der Freien Presse ist durch. Ja, wenn es nichts weiter gibt und das scheint so der Fall zu sein, dann bedanken wir uns ganz herzlich für die Teilnahme an der virtuellen Pressekonferenz hier beim FC Erzgebirge. Vielen Dank auch, Dirk Schuster, weiter eine gute Vorbereitung und am Samstag am Hartwald. Viel Erfolg, Dirk. Danke. Schönen Feierabend. Danke. Schönen Feierabend. Danke. Schönen Feierabend. Danke. Schönen Feierabend.